Hi, ich bin Marc und heute habe ich wieder einen genialen Thriller für euch. Red Rabbit von Tom Clancy. Ja, natürlich wieder Clancy. Aber worum geht es in dem Buch? Lange bevor Jack Ryan zum Präsidenten der USA gewählt wurde, arbeitete er in England als Historiker. Und als solcher wird er vom amerikanischen, aber auch vom englischen Geheimdienst gebeten, einen hochrangigen russischen Überläufer zu befragen. Und dabei stößt er auf eine ungeheuerliche Geschichte. Russische Politfunktionäre sollen die Ermordung des polnischen Papstes Johannes Paul II. planen. Und Jack Ryan wird immer mehr in den Konflikt hineingezogen. Hat der Überläufer ihm die Wahrheit gesagt? Wie kann das Attentat verhindert werden? Nun, am Ende steht nicht nur das Leben des Papstes auf dem Spiel, sondern die Stabilität der gesamten westlichen Welt. Und das war jetzt noch die Version ohne Spoiler. Ich möchte euch aber wirklich mehr über die Story erzählen, aber da sind jetzt tonnenweise Spoiler dabei. Deswegen habe ich das immer so zweigeteilt. 1982 gibt Papst Johannes Paul II. privat einen Brief an die kommunistische polnische Regierung heraus, in dem er erklärt, dass er aus dem Papsttum ausscheiden und in seine Heimatstadt zurückkehren wird, wenn sie ihre Unterdrückung konterrevolutionärer Bewegungen in Polen, insbesondere der Gewerkschaft Solidarność, einstellen. Der sogenannte Warschauer Brief wurde später nach Moskau weitergeleitet, was den Direktor des Komitees für Staatssicherheit oder KGB, Juri Andropov, mal so richtig wütend machte. Er beschließt, die Ermordung des Papstes zu planen, die seiner Meinung nach den Kommunismus in Osteuropa wiederbeleben würde, der von vielen, ja, als im Niedergang begriffen angesehen wird. Aus Sicherheitsgründen nur unter der Nummer 15 882 666 bekannt, wird der Attentäter dann als türkischer Muslim, und das wird so verstanden als Mehmet Ali Akscha, ausgewählt, der anscheinend vom bulgarischen KDS-Offizier Boris Droghoff wegen Verleugnung eliminiert wird. Die Operation wurde später vom Politbüro einstimmig genehmigt. Währenddessen setzt Oleg Zaitsev, ein Kommunikationsoffizier des KGB, der mit dem Senden und Empfangen verschlüsselter Nachrichten zu und von KGB-Stationen in ganz Europa beauftragt ist, den ganzen Plan zusammen den Papst zu töten, und ist zutiefst beunruhigt über die Aussicht, eine unschuldige Person für politische Zwecke zu ermorden. Später beschließt er Kontakt mit dem örtlichen CIA-Stationschef Edward Foley, sowie seiner Frau und Agentin Mary Pat aufzunehmen, um überzulaufen und dann mit seiner Familie aus der Sowjetunion herausgezogen zu werden, was dann die Gegenleistungen für die Bereitstellung von Informationen über das Attentat, aber auch die Namen von KGB-Agenten in der amerikanischen und britischen Regierung sein soll. Die Foley's weisen Zaitsev an, seine Familie unter dem Deckmantel eines Urlaubs nach Budapest in Ungarn zu bringen. Sie sollen dann von in der Stadt stationierten Beamten des britischen Geheimdienstes oder vielmehr des SIS unterstützt werden, weil die dortige CIA-Station kompromittiert wurde. Infolgedessen wurde Jack Ryan, ehemaliger Marine- und CIA-Verbindungsmann zum SIS in London, auch dorthin geschickt, um die Agentur dort zu vertreten. Eines frühen Morgens werden die Saitsevs dann aus dem Hotel, in dem sie wohnen, einfach mal so rausgezaubert. In Begleitung von Ryan werden sie dann nach Jugoslawien geschmuggelt, wo sie sofort nach Großbritannien fliegen. Bis dahin hatten die SIS-Agenten aber auch schon Leichen, die physisch mit der Familie identisch waren, in das Hotelzimmer gebracht und das ganze Hotelzimmer dann angezündet und den KGB damit getäuscht. Nachdem er sich in einem Safehouse außerhalb von Manchester niedergelassen hat, enthüllt Zaitsev dann, was er über das Attentat weiß. Und das alarmiert den SIS und die CIA natürlich sofort. Ryan wurde dann später zum Petersplatz in der Vatikanstadt geschickt. Um die britischen SIS-Beamten vor Ort zu begleiten, um dann eben festzustellen, wie der Anschlag auf den Papst ausgehen wird und auch um zu versuchen, den Schützen zu fassen. Bei der wöchentlichen Audienz des Papstes gelingt es dann Ryan, Strohkopf zu fangen, aber der Papst wird trotzdem vom echten Schützen Akscha erschossen oder angeschossen. Trotzdem erholt sich der Papst von seinen Wunden. Dann wurde bekannt, dass Strohkopf von den Briten als Vergeltung für die Ermordung des sowjetischen Überläufers Georgi Markov vier Jahre früher auf britischem Boden hingerichtet wurde. Der Autor Tom Clancy, der ist ja der Meister des Technothrillers. Und er stand seit seinem ersten Buch Jagd auf roter Oktober mit all seinen Romanen an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Leider ist Tom Clancy im Oktober 2013 verstorben. Und wenn ihr jetzt noch mehr über spannende Bücher wissen wollt, findet ihr mein nächstes Video hier im Endscreen. Ich sehe euch dann da. Bis gleich.